Duggie B. Ein neues Leben. Herz Duggie. Liebe. Liebe! Liebe! Oh Memo, guck mal. Ich war auf ihrer Hochzeit. Ich war wirklich auf deren Hochzeit. Warum? Ich war mit Nico auf Duggie B's Hochzeit. Nur wegen unseren Freundinnen. Er. Hoffentlich kommt jetzt ein Hochzeitsvideo ein. Ach so, sehe ich. Da war ich. Da war ich. Da war ich richtig besoffen. Da habe ich gesoffen. Da hinten in der Ecke war ich richtig besoffen. Alter, das ist Topic am Piano. Da habe ich richtig gesoffen. Da habe ich mir richtig einen reingesoffen. Als sie hier standen, saß ich da. Da sitzt Nico. Hier sitzt irgendwo ich. Und wir waren richtig besoffen, Mann. Wir waren richtig besoffen. An dem Pool. Hier. Am Pool. Stand ich hier. Hier war die Zuckerwattenmaschine. Da war ich richtig besoffen, Alter. Holy shit, war ich da besoffen. Das war Nico Santos, oder? Okay. Ich liebe dich. So viel für einen, Schatz, Mann. So viel für meinen, Schatz, Mann. Da war ich nicht dabei. Da war ich nicht dabei. Tape. Tape Nummer zwei. Ach, Tape. Das ist Tape. Das ist Tape. Das ist schon ein sehr süßes Video, Mann. Ein sehr süßes Video. Alter, ich will auch mal auf die Kirmes. Ey, da waren wir auch im Ushuaia auf Ibiza. Holy shit, war ich da besoffen. Da war ich richtig besoffen. Da habe ich vorne mit Nico gestanden und der DJ hat irgendeine Rotze gezockt. Und holy shit, Digga. Hatten wir da fett einen Tee. Da waren wir richtig besoffen, Alter. Ibiza, Ishuuaia. Waren wir da besoffen. Holy shit, Mann. Danke, ihr euch. Ihr seid die Allerbesten. Fühlt euch gedrückt. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wahrscheinlich, weil ich besoffen war. Leute. All I need is your love. Ey. Entschuldige. Yo, fuck, Mann. Ehring-Check. Ehring-Check. Das könnten wir sein. Aber ich war besoffen. Oh, das ist schon ein sehr süßes Video, Mann. Das ist ein sehr süßes Video, Alter. Auf der Hochzeit, wie gesagt. Da war ich. Da war ich, Leute. Anders. In Ibiza. Mitten im Land. Wunderschön. Super besoffen. Da war ich nicht. Happy People. Ey, die haben schon so viel erlebt. Und ich sitze hier die ganze Zeit auf meinem dummen Arsch und streamen. What the fuck? Ich hasse mein Leben. Hä? Was soll das? Wieso mache ich das? Spaß, Chad. Spaß. Ich lieb's. Ich lieb's. Ich lieb's. Ja, ja, ja. Le Tour de Eiffel. Haben die zwei mal geheiratet? Einmal ohne mich? Ey. Ey. Familie. Familie. Dominic Toretto. Familie. Familie. Ich muss das Ganze hier dokumentieren. Sula. Wenn man für den Familienurlaub auch ein paar Familienfotos hat, die man sich ja nachher gucken kann. Oder nicht. Ja. Das ist mein Papa. Man sieht nie sein Gesicht, man sieht immer nur das Handy vor seinem Gesicht. Und das ist Eugenia. Mein Triggersohn. Eugenia. Ja, das ist immer das Beste, was du machst, ne? Einfach mal sag die Schwester, die kenne ich auch. Mein secret talent. Secret talent. Secret talent. Aber jetzt nicht mein secret. Sag mal, hallo. Oh, wie süß die als komplette Familie, Mann, unterwegs gewesen sind. Auch voll cool, dass alles so ein VHS-Look ist und so. Mega cool. Das ist einfach Tante. Also du auch. Die coolsten Tanten. Die coolsten Tanten. Eugen hat auch eine Schwester. Elisa ist die Hotelierende. Jadig Marek. Sweet. Hey, das ist schon... Ach, das ist gar keine VHS-Kamera. Das ist mit dem Samsung gefilmt. Schwanger, der Tochter. Ein neues Leben. Oh, das ist so süß, Mann. Das Video calls me in every single language. Oh, man. Was ist das für ein Video? Das macht mich depressiv. Lass die Leute doch, dass die glücklich sind. Jadig ist schwanger, Mann. Oh, mein Gott. Ich dachte gerade, das ist ein Corona-Test. Ne, das ist ein Schwangerschaftstest, oder? Muss ja sein. Oh, mein Gott. Ey, alles, alles Liebe. Alles Gute, Alter. Holy shit. Und noch mal. Kleines Bäuchlein. Wie seid ihr so süß. Hey, man sieht ja schon voll das Bäuchlein. Wie süß. Hey, man ist es voll verrückt, oder? Es ist so verrückt, wenn man sich überlegt, dass ein Lebewesen quasi, dass es einfach in einem Bauch einfach drin ist. Dass es einfach in einem Bauch wächst. Also ein Leben quasi in einem anderen Leben drin ist. Versteht ihr, was ich meine? Hä? Wie crazy. Also man, man, man ist, man... Ihr wisst, was ich meine, oder, Chad? Ihr wisst, was ich meine, oder? Lass es, lass es, lass es einfach. Alles klar. Ich halt mein Maul. Mach das Video einfach weiter, Alter. Und den Scheiß kippt hier niemand. Ist das klar? Ja, aber guck mal. Es ist ein Leben... In einem anderen Leben drin quasi. Versteht ihr, was ich meine? Das ist wie, wenn ich... Wenn ich, sag ich mal... Das in mir auch drin hätte. Nur... Ne? Ich find's crazy, Mann. Ich find's crazy, wie Menschen einfach spawnen. Holy shit. So süß. Guck mal, wie ihre Hände einfach in Herz formen. Seht ihr das? Mashallah, da läuft. Ein kleines Wunder. Was war das für ein Sound? Habt ihr euch das gehört? Was war das für ein Sound? Was ist das? So klingt das Herzform, Baby. Das klingt wie Enderman in Minecraft oder so. Oh mein Gott. Ist das gut, wenn das so klingt? Ja, ist ja Herzschlag. Oder wie so ein Hund. Aber das ist normal. Okay. Krass. Glaub nicht. Meins war anders. Mein Herz... Mein Herz war so. Warte. Mein Herz war so die ganze Zeit. Als ich am Baby war, war mein Herz so. Das hat man über Ultraschall bei mir gehört. Okay, gut. Nein, sehr süßes Video. Ähm. Was schreibt man drunter? Äh. Ich kann nicht unter den Hochzeits... Nee. Äh. Ich glaube, das passt am... Oder? So ist am besten. Ich... 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 Ich glaube, das ist... Ich glaube, wir... Ich vergesse... Ich vergesse manchmal, wie normale Interaktion geht mit Menschen. Manchmal sitze ich in so einer Gruppe von Leuten. Und... Dann... 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 Äh... Reden alle. Und dann rede ich die ganze Zeit nicht. Und dann gucken mich alle irgendwann an und fragen, geht's dir gut? Und ich sage so, ja, ja, alles gut. Und... Dann rede ich so... Was habe ich geschrieben? Habe ich falsch geschrieben? Moin, moin. Och nein, was habe ich falsch gemacht, Chat? Jetzt steht da bearbeitet. Och nee, jetzt weiß jeder, dass ich es bearbeitet habe. Och Mann, ist das peinlich, Alter. Ich kann nichts richtig in meinem Leben machen. Jetzt denken die, weiß ich, was... Jetzt denken die, weiß ich, was für eine Scheiße ich da hingeschrieben habe. Dicker, nee, Dicker. Dicker, nee. Mann, jetzt wissen die... Ich muss nochmal neu schreiben, das Kommentar. Das geht nicht. Ich... Wünsche euch allen... Dreien... Alles... Nee, ich wünsche euch... Dreien... Nur das Beste und... Alles Gute. Äh... Nur das Beste. Ganz... Viel... Glück... Stay high bis... Nee, komm, wir lassen es einfach. Ganz viel Glück euch. So. Oder? Jetzt haben wir es doch. Was ist, wenn es jetzt Zwillinge sind? Also, wenn es Zwillinge sind, dann, na klar, euch Vieren. Und ja, bei Drillingen, also euch Fünf und so weiter. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine in diesem Sinne, also. Ich denke mal, das ist es dann, oder? Wünsche euch drei nur das Beste. Ganz viel Glück euch. Wieso nur das Beste? Das impliziert ihr, dass es aus... Das ist... Chat, wirklich. Was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nicht nochmal das löschen. Wir lassen das jetzt einfach so. Wir warten jetzt einfach, bis ihr das paar Likes bekommt. So. Lost, Revi, lass einfach. Stay high bis zum Tod. Du Dumbass, Revi, du... Mann, komm. Nee, wirklich, lass es. Du Dumbass, Revi.